Was behaupten Sie da? Es ist die Wahrheit. Ich bin Ihr Sohn. Sie sind ein verdammter Lügner. Sie wollen es sicher nicht hören und wohl auch nicht wahrhaben, Sir. Aber Margaret ist meine Mutter, Sie und mein... Oh! Hört auf! Seid ihr verrückt? Margaret liegt da drin, muss vielleicht sterben und ihr schlagt euch? Hört auf damit. Sean, ich kenne Sie, seit Sie ein Kind waren und ich kannte Ihren Vater. Auf sein Wort hat er immer Verlass. Ich dachte, er hätte Sie so erzogen, dass... Das hat er. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Aber ich gebe ein Dreck darauf, ob Sie mir glauben oder nicht. Alles, was mich interessiert, ist meine Mutter. Sean! Ich kümmere mich um ihn. Marcus, bring deinem Großvater mal einen Stuhl. Hedden, komm, setz dich ein bisschen hin. Komm, sei vorsichtig. Du brauchst jetzt deine Kraft. Wenn Margaret wieder gesund ist, werden wir mit Sean, Benedikt, schon fertig. Ich weiß, dass das nicht wahr sein kann. Und du weißt es auch.